Oh ja. Du hast die Fäuste geballt. Oh jeder, ich geh mit dem Scheiss ab. Ist das du? Komm, komm Alter, komm. Nein! Was denn? Oh ja. Du hast die Fäuste geballt. Oh jeder, der hat die Waffe nicht gemacht. Ja, hm. Du hast sie wahrscheinlich gekauft, da war aber noch die andere drin. Ja, die hat die abgelegt und jetzt noch nicht. Tja. Tja, was will man machen? Rausgehen? Ne, bist verrückt. Unsere Jäger verlieren. Ach so, höchstens da unten rausgehen hinten. Ach komm, Quatsch. Oh jeder, komm, du bist jetzt schon auf der Welt. Na, echt, ja. Können wir ja gleich wieder reingehen. Ja, dann rennen wir da runter. Zu Cypress. Entschuldigung. Ich hab so viel Zeit gehabt. Das ist ehrenbar. Sorry. Das hab ich jetzt vertämmt. Oh, das war nah. Kommst du? Ja. Wann hast du es doch wieder zugemacht? Mach mal mal automatisch. Naja, aber nicht wenn Gegner hier sind. Wo schießen die denn? Schlachthaus. Ja, das ist so lang. Und nicht auf die Knarre, Alter. Tja. Oh, da sind Raten. Tja. 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 Oh, da sind Raten. Tja, gute Frage. Warte mal. Wo wollen sie denn hin? Oh, die wollen gleich hier runter, oder? Da ist ja gleich der Ausgang. Ach so, bringe ich die Küste. Kannst du auch mal eine Pistole Leute umbringen? Ja. Also ich glaube, er kommt hier runter, oder die müssen. Ich glaube, bei so kurzer Strick. Ja. Das Dorf ist natürlich, da haben sie die ganze Sicht noch. Die sehen uns. Scheiße. Oh, Spinne. Oh, dieses ist jetzt ein Scheiß-Type. Oh ja. Dieses ist jetzt ein Scheiß-Type. Und auch noch da hinten, Alter. Jetzt hängen alle Jäger da drüben. Oh, sie kommen, Alter. Ja. Oh, jeder. Wo sind die? Wo sind die? Können die? Jetzt gehe ich mit dem Scheiß-Type. da deine war da oben oh die laufen weg oh die sind links ja ich laufe mir auch in die richtung scheiße dass ich kein meiner windfield nicht mit hab warte soll ich so mal flankieren komm wieder gut schießt du mal ein bisschen kann ich so verschießen ich hab raus kommen nicht mehr ich hab noch 12 schuss bei der wanne ist jetzt vor dir ziemlich jetzt sind sie wieder da sind wir weg ist es zu jetzt gehe ich hin kommt kommt da ist ein getreide fällt warum mein alter kommt ach so ich habe den alter ich höre ich höre ich höre wer kommt zu ihr so dann machen wir es aus dem staub oder das war gut der hat nämlich blutungsschaden verpasst mit seiner schrote und dann bin ich das war schön ja die ist gut auch 700 ep haben die uns gegeben und 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 und